Ich dachte 31 Jahre lang, ja, ich habe ein bisschen Speck, ja, Kaschieren, oh, schwarz ist meine Farbe, aber ich habe gemerkt, Bro, es geht auch anders. Aktuell befinde ich mich irgendwie in einer Entwicklung, ich weiß nicht, wohin sie geht, falls du auch ein bisschen lost bist, was deinen Style angeht, folgen wir, vielleicht lernen wir zusammen.